Hallo la! Willkommen zurück zu Secret 2, mit der Katze und mit mir. Moin und den Disco-Tussis. Dem Onki-Ducks. Ja, dann wollen wir mal los, den Kerkermeister nach oben klatschen. Klatsch ihn um! Ich bin mal gespannt, ob das genauso lange dauert, wie beim anderen jetzt gerade eben. Ihn's Gesicht. Eigentlich sollten wir doch nur diese eine, die Tochter hier befreien, die ist doch hier dann im Gefängnisflügel, oder nicht? Ich hab mal so ganz blöd gefragt. Tja, die nutzt gerade die Chance, dass wir hier sind. Das sieht hier schon wieder ein bisschen anders aus, das ist wirklich so Kerk-Cafe-Ninie. Hm. Vor allem sind das hier auch all so eine Frau, oder? Ja, Druiden halt. Ich glaub, es gibt da generell. Ja, aber da waren auch ein paar Männer dabei, aber... Richtig. Ja, ja. Stimmt, der Typ, mit dem ich wegen dem Unbekannten geredet hab, war auch ein Kerl. Der steht auch nur... Ja, der steht hier hinter. Wir müssen jetzt den Sekretär hier finden, hat er gesagt. Oder hat sie gesagt. Ich dachte gerade, meine Leute würden hier tot liegen, dabei sehen die Affe alle gleich aus. Ja. Ach ja, was ist das denn hier? Wow. Vor allem mit Guillotine und so. Das ist voll gefährlich. Voll das Schafott hier. Wow. Für den Stachelstuhl. Ich bin jetzt hier bei Amnesia. Hm. Geht's so in die Richtung. Ja, ich denke mal, jeder von uns hat so einen kleinen Folterkeller zu Hause. Ja. Kann man mal machen. Hm. Hm. Schön. Ah. Das Ausrufezeichen ist nicht mehr so weit weg. Eine Kerkerratte. Warten wir auch schon lange nicht mehr. Warte, was denn hier noch drin ist. Noch mehr Kerkerraten. Wunderschöne Gemächer. Oh, ich hab ein Level abbekommen. Oh, deine Typen kämpfen schon wieder. Schrecklich. Nimm doch mal jemand, der in die Waffen hat. Ja, entweder gibt's hier solche Begleiter, die einfach die ganze Zeit wegrennen und gar nichts machen. Oder Begleiter, die einfach immer auf alles zu rennen. Ja, komm, hier ist ein Kind. Was? Das läuft hier einfach rum. Vielleicht ist das das Kind, was wir retten sollen. Aber die ist nicht eingesperrt, die läuft hier und ich konnte sie nicht anklicken. Hm. Kommt vielleicht noch. Wo stehen hier Trommeln rum? Bum, 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 bum. Musiktherapie. Ist eigentlich ein Wellness-Tempel hier unten. Ja, genau. So sieht's aus. So, da ist das Ausrufezeichen. Oh, immer hier. Was ist das für eine Statue? Dämonische Fratze. Ihr möchte ich auch nicht in Dunkeln bewegen. Ja, bete mal davor. Hier ist der Sekretär. Warte, warte. Okay. Ich will ihn auch sehen. Sekretär Dugini. Ihr wollt euch mit dem Alten anlegen? Nun, wie soll's recht sein? Mazzagon war mal ein fähiger Kerkermeister, aber inzwischen ist er völlig verrückt geworden. Ich denke, es wäre das Beste für ihn und für uns, wenn er tot wäre. Allerdings möchte ich damit nicht zitiert werden. Hier ist der Schlüssel zu seinem Saal. Okay. Okay. Dann gehen wir mal zu seinem Saal. Das ist hier voll fancy eingerichtet. Ja. Das stimmt. Das wird dann wohl hier unten sein, denke ich mal. Kommst du? Ja, ich bin... Ich laufe dir hinterher. Keine Panik. Oh Gott, was ist das denn hier? Das ist voll schick. Da kommt er gleich. Wer muss er denn? Ach, da ist er. Oh, guck mal da. Drachenstatue. Und da ist er. Die Leibwächterin hält mehr aus als ja. Bei mir leckst du übrigens gerade. Ja, bei mir auch. Boah, die Statue ist voll schick. Einfach gleich zum Leben. War das alle? Ja. Ging ja dann doch relativ schnell heute. Sind mir die Questen, die wurden mir angezeigt. Ja, die müssen wir jetzt wieder zu sehr schick Minions zurückbringen. Ach so. Denk ich mal. Was geht's hier eigentlich noch lang? Ich komm mal hier mal kurz rein. Irgendwie sind die Untote. Wenn wir dann wieder ganz hier hinter zu dem Kind müssen, ne? Oh, die ist voll der Voll die Monster Party. Die Sparzen voll. Die lassen überall braune Soße. Dann kommt die Soße richtig raus. Was ist in dem Sarg? Was ist in dem Paket? Was ist in dem Paket? Gar nichts. Okay, ich bin wieder da. Ist nur ein Sarg, wo nix drin war. Was ist denn noch ein Sarg-Rofag? Nö, sonst nix. Was heißt denn eigentlich Rofag? Was? Sarg-Rofag? Ja. Was ist Sarg-Hofag? Aber ich weiß auch nicht, was O-Fag heißt. Das wird ja auch mit K geschrieben. Katze, so dumm. Und was heißt das dann? Das kannst du mir auch nicht sagen. Nö. Ja. Alter, gib dich für Grab oder so. Grab-Grab. Sarg-Grab. Das ganze Wort. Menno. Ja, weil... Ah, ne. Ich mein doch, weil ich das Wort Sarg. Ja, natürlich nicht in der Art. Aber es passt doch da rein. Nicht oft, wie ich dir sowas röchte. Nee. Nee. So. Gehen wir mal wieder zurück zu der hübschen Diebin. Und dann hoffen wir mal, dass wir endlich den letzten Schlüssel bekommen. Oder ob sie jetzt gleich wahnsinnig wird, weil sie alles bekommen hat, was sie von uns wollte und jetzt die unendliche Kraft hat und uns töten möchte. So, wie das häufiger mal ist. Soll ich nicht spielen? Oh nein. Ich hoffe, ihr hattet nicht allzu große Unannehmlichkeiten mit diesem Kerkermeister. Man weiß ja nie, wie das so ist mit diesem unberechenbaren Irren. Danke für eure Hilfe. Hier ist das eine kleine Anerkennung von mir. Mann, oh Mann. Ich hab heute auch schon wieder Sprachprobleme. So. Die letzte Quest hoffentlich. Der Anführer und Großmeister der Sekte hält sich im großen Raum im Norden dieser Halle auf. Der Anführer der Sekte, Hexenmeister Mann Kaul hält sich vermutlich im letzten Raum auf. Ich habe einen Novizen der Sekte belauscht. Er hat einen anderen Novizen erzählt, dass sich der Hexenmeister in einen geflügenden Demanzug voran entfliegt. Wie dem auch sei, wenn Mann Kaul tot ist, dann sollte das einige Probleme von ganz alleine lösen. Hier ist der Schlüssel. Ich wünsche euch viel Erfolg. Na denn. Wenn mal so einen komischen Dämonenmeister der um, der sich in den Monen selber vergangen wird. Kann man mal machen. Ja. Das dauert jetzt wieder so lange. Der Arne versteht heute keinen Spaß. Ne. Du mit deiner Karawane da oben. Die Karawane zieht weiter. Bomb. Und tot. Und tot. Ich will wieder nach draußen in den schönen Bäumen. In die Natur. Ja. Sehr cool. So. Oh. Was ist das denn hier? Kommt voll die Gase von der Gaswolke hingegen. Eine meiner Kriegerinnen ist gerade gestorben. Als ich hier rein bin. Als ist sie da. Ne. Ich weiß nicht woran ist sie wieder da. Aber ihre Anzeige wurde mir nicht mehr angezeigt. Oh. Hä? Was ist das denn hier jetzt? Ich kann die aber auch nicht angreifen gerade. Die sind bei mir auch nicht als Gegner. Hexemeister Mann Kaul. Was bist du? Ich werde die zerfetzten und den Fleisch von den Knochen abnagen. Stirb. Oh Gott meine Drehaden. Das war eine ganz schlechte Idee glaube ich. Drück die ganze Zeit auf Leertasse. Spam die Leertasse durch. Das war gemein dass wir die Greifen töten müssen. Das ist Sinn und Zweck der Übung. So. Fertig. Hui. Hier ist aber. So. Und nun? Wo sind wir durch hier? Wo müssen wir jetzt hin? Hallo? Hallo. Ich glaube das war es jetzt. Was ist dann wieder raus? Geh mal hier nach Norden. Gucken was hier ist. Nö. Wer nicht ursprünglich reingegangen ist um diese Tochter zu finden? Das kann auch eine von den anderen Quests gewesen sein. Ne warte da unten ist ein Fragezeichen. Hier. Gilminga. Geh schon mal vor. Ich bin Gilminga. Haben meine Eltern in euch geschickt? Ja es stimmt. Ich bin freiwillig hierher gekommen. Ich wollte mal sehen was an all den Gerüchten über diese Sekte dran ist. Aber ich habe schnell herausgefunden dass das alles Lug und Trug ist. Und dass dies ein grausamer und unheimlicher Ort ist. Da habe ich mich einfach versteckt. Ihr hättet nicht mehr alleine nach draußen gefunden. Jetzt wo alles vorbei ist kann ich beruhigt nach Hause gehen. Dieser nette Zauberer den ich gerade getroffen habe wurde auch von meiner Mutter geschickt. Er ist etwas spät eingetroffen aber besser spät als nie. Sagt man ja so. Es wird euch schon mal. Er wird euch schon mal hinaus teleportieren. Ich werde da noch ein wenig nach Schätzen suchen und dann auch kommen. Achso. Sonst findet sie nicht wieder raus aber jetzt geht das noch. Ja klar. So. Team Mune. Meine Tochter kommt nach Hause. Den Göttern sei Dank. Ich bin nur überglücklich. Hier nehmt das als eure Belohnung. Schwaches Elixier der Genesung. Schönen Dank. Oh aber ich habe coole Sachen bekommen. Wie sieht das denn schon wieder aus? Wollen wir da nochmal zu den anderen beiden Fragezeichen hin auf der Karte? Vielleicht hinterher. Schade ich habe jetzt einen geilen Kopfschmuck bekommen. Kann ich benutzen weil er nicht zu dem Set gehört von dem ich schon die meisten Sachen habe. Ja du. Äh fuck in die Kiste. Ja. Schmeiß weg. Immer weg damit. Oh hier oben ist ein Händler scheinbar. Voll versteckt hier. Jetzt gehen die wieder kämpfen. Oh nein. Tempel der Götter wieder mal. Oh no. Nein. Na wir müssen wir jetzt diesmal huldigen. Priester Sherlock. Sprecht mit meinem Bruder Leashim. Ihr seid auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Auftrag. Dann sprecht mit meinem Bruder Leashim. Er wird euch alles erklären. Ich dachte der Herr ist jetzt Mycroft oder so. Rastiger gewesen. Dröhan Priesterin Tilly Phil. Sammelt fünf Zahnblätter. Willkommen. Es ist eine Messe zu Ehrenforens geplant. und mir sind einige Zutaten ausgegangen. Ihr werdet mir eine große Hilfe, wenn ihr fünf Zahnblätter sammeln könntet. Leider nehmen mich die Vorbereitungen so sehr im Beschlag, dass ich nicht selbst gehen kann. Würdet ihr mir helfen? Kann man machen. Wo ist jetzt dieser komische Priesterbruder da? Ach da unten rechts. Äh unten links. Bei mir Peter? Mhm. Okay. Ich will hier gerade mal verkaufen, bevor es sich wieder so anstaut. Okay. Wieder eine Milliarde Sachen in den Winter. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute 55. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr, oder? Nö, muss nicht. Können wir auch einen cleanen Cut machen. Dann machen wir das lieber so. Aber das Problem ist, müssen wir das nächste Mal wieder hierher latschen. Naja. Scheiß drauf. Können wir sonst notfalls auch später noch machen, die Quest hier. Ja, genau. Irgendwann werden die Götter schon noch gehuldigt. Kannst du da oben gleich selber auch noch eine Quest annehmen für deine Gottheit. Ja, das kann sein. Im Tempel. Äh. Warum habe ich jetzt ein Schwert? Ich habe doch gerade alles verkauft, was ich hatte. Ich habe ich aus Versehen wieder was gekauft. Was sagt ihr? Ihr werdet mir eine große Hilfe, wenn ihr mir fünf vollen Blätter sammeln könntet. Leider nehme ich die Vorbereitung so sehr im Beschlag, dass ich nicht selbst gehen kann. Werdet ihr mir helfen. Belohnung, schwacher Trank des Mentors. Das wäre schön. Na klar. Okay. Sehr fein. Beauty. Beauty. Alles klar. Dann geht es morgen in alter Manier weiter. Genau. Tschau. 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 Geil.